In Wien schlägt am 12. November 1918 die Stunde der Ersten Republik. Der Kaiser hat abgedankt und das Land verlassen. Vor dem Parlament wird die Demokratische Republik Deutsch-Österreich ausgerufen. An die 100.000 Menschen sind gekommen, um den denkwürdigen Festakt mitzuerleben. Da reißen Rotgardisten den weißen Mittelstreifen aus der Flagge und hissen ein rotes Band. Kein gutes Omen für diese Republik. Es herrschen Hunger und bitterste Not. Kriegerwitwen und Waisen sind auf Almosen angewiesen. Der Winter steht vor der Tür. Der Wiener Wald wird gerodet. Noch hofft man auf die Vereinigung mit Deutschland. Unter Führung des sozialdemokratischen Staatskanzlers Renner fährt Österreichs Delegation zu den Friedensverhandlungen nach Saint-Chermer. Doch das Diktat der Siegermächte ist hart. Hohe Kriegsentschädigungen werden gefordert. Die Vereinigung mit Deutschland verboten. Südtirol und andere deutschsprachige Gebiete müssen abgetreten werden. Der Rest ist Österreich. Nur wenige glauben an die Lebensfähigkeit des neuen Kleinstaates, der aber immer noch eine leistungsfähige Industrie besitzt. Vier Lokomotivfabriken produzieren in Österreich, allerdings in Konkurrenz zueinander. Das war zu viel für den kleinen Markt. Da half auch die damals stärkste Dampflok Europas nicht mehr. Mehr Chancen gab es für Elektromotoren, wo man über hohe Stückzahlen die Kosten und Preise senken konnte. Die weltweit anerkannte Qualität österreichischer Glühlampen belebte das Exportgeschäft, während moderne Maschinen den Personalaufwand reduzierten. In der Automobilbranche lagen die Zukunftschancen nur bei den Steierwerken. Man arbeitete schon damals am Fließband und verfügte über geniale Konstrukteure und Ingenieure. An der Börse standen die Zeichen auf Sturm. Große Aktienpakete wurden noch schnell auf Schulden gekauft. Für Geld, das bald nichts mehr wert sein würde. Große Industriebetriebe sind damals in die Hände von Spekulanten und Gaunern gefallen. Und niemand konnte diesem ruinösen Spiel ein Ende bereiten. Die Auflösung der österreichisch-ungarischen Staatsbank war der Anfang vom Ende. Plötzlich standen die Menschen vor geschlossenen Bankschaltern. Und der Staat brachte die Notenpresse und damit die Inflation auf Hochtouren. Der Wettlauf mit der Inflation beherrschte den Alltag. Sogar die Straßenbahn wurde von Woche zu Woche teurer. Doch dann kam die Wende. Gestützt durch eine Völkerbundanleihe löste der Schilling nach einer Währungsreform die Krone ab und stoppte die Inflation. Der Staat reduzierte die Sozialleistungen auf ein Minimum. Ein Blick auf die Gasthauspreise zeigt, dass der neue Schilling zu Recht den Beinamen Alpendollar trug. Bei der Wiener Messe 1925 spürte man den wirtschaftlichen Aufschwung. Es gab wieder Arbeit und den ersten Nachkriegswohlstand. Wer Geld hatte, lebte gut damit. Man richtete sich mühselig ein in der Neuen Republik. Die Frauen tragen die Hauptlast des Haushaltes und schaffen ihren Familien wieder ein bescheidenes, trautes Heim. Im Oktober 1924 schlägt dann in Österreich die Geburtsstunde eines neuen Mediums, des Radios. Hallo, hallo, hier Radio Wien. Werte, Hörer und Rinnen. Binnen weniger Monate erobern die Sendungen der RAWAG die Wohnzimmer der Österreicher. Für die Kleinen kommt der Märchenonkel jetzt aus dem Detektorradio. Und die Kinder sitzen still, wenn die Mutter bügeln will. Auch die Bauernregeln haben ausgedient. Der Wetterbericht kommt aus dem Äther. Eine neue Kraft erobert die Haushalte. Der elektrische Strom. In den 20er Jahren beginnen die Städte zu leuchten. Eine Gesellschaft steht buchstäblich unter Spannung. Das weiße Gold kommt aus den Alpen. Auf der RAX in Niederösterreich beginnt die technische Revolution der Seilbahnen. Sie erschließen die Bergwelt für Erholungssuchende aus dem In- und Ausland. Österreich beginnt aus der Schönheit seiner Landschaft Kapital zu schlagen. Man investiert in einen neuen Wirtschaftszweig, den Tourismus. Und hat damit auch Erfolg. Vor allem im Winter wird die Arlbergregion zu einem beliebten Urlaubsziel. Die Touristen bringen Geld ins Land. Lech am Arlberg zählte 1926 bereits 23.000 Nächtigungen. Diese Großwohnanlagen erinnern noch heute in Wien an die bis dahin größte Wohnbauoffensive der Ersten Republik. In der unter Bürgermeister Karl Seitz einzigen sozialdemokratisch regierten Millionenstadt Europas wurden binnen weniger Jahre an die 100.000 Wohnungen für das Proletariat gebaut. Für das christlich-soziale Bürgertum wurden hier nicht Sozialwohnungen, sondern Volkswohnpaläste als bedrohliche Wehrburgen errichtet. Alle Wohnungen verfügten über Fließwasser und eigene Toiletten. Große Innenhöfe und Gemeinschaftseinrichtungen wie Bäder, Waschküchen und Kinderspielplätze waren bis dahin unbekannt. Die Anfänge der Zivilluftfahrt waren bescheiden. Fliegen war ein sehr teures Vergnügen. Auf dem Flugfeld Wien-Aspern landen die ersten modernen Verkehrsmaschinen. Wien kann sich als europäisches Luftverkehrszentrum fühlen, denn Aspern war damals der größte Flughafen Europas. Nicht weniger als elf Airlines landen hier und dennoch, es herrscht keine Hektik bei der Abfertigung der Passagiere. Politisch treibt Österreich dem Abgrund zu. Die christlich-sozialen stellen mit Prelat Ignaz Seipel den Bundeskanzler. Er findet kein Rezept gegen die Radikalisierung der großen politischen Lager. Das Bundesheer gerät immer öfter zwischen die Fronten der politischen Gegner. 1927 werden im Schattendorfer Prozess die Mörder eines Schutzbündlers und eines Kindes freigesprochen. Sozialisten empören sich über die Klassenjustiz. Aufgestachelt von Kommunisten stürmen sie den Justizpalast, werfen Akten aus den Fenstern und legen schließlich Feuer. Der Justizpalast brennt und Polizeipräsident Schober lässt auf die Demonstranten schießen. Zurück bleiben 89 Tote und mehr als 1500 Verletzte. Der nächste Schock kam am Schwarzen Freitag, dem 25. Oktober 1929. Der Börsenkrach in New York löste auch in Europa Panik aus. Es kommt zu Firmenpleiten in Serie. Die Bodenkreditanstalt ist am Ende und muss von der CA aufgefangen werden. Immer mehr Menschen verlieren ihre Arbeit und müssen Stempeln gehen. Die sozialen Spannungen radikalisieren das politische Klima enorm. In Österreich leben zwei Millionen Bürger in bitterer Armut. Die Militarisierung der politischen Lager schreitet voran. In den Ländern entstehen bewaffnete Heimwehren, die dem Parlamentarismus abschwören und einen faschistischen Ständestaat wollen. Auch die Arbeiterschaft rüstet sich im Schutzbund. Aufmärsche beherrschen die öffentliche Szene. Die Nationalsozialisten gewinnen immer mehr an Boden. Ihre Demonstrationen lassen keinen Zweifel an ihren Absichten. Nicht nur die Politik, auch der Sport mobilisiert die Massen und wird zum einzigen, weil billigen Vergnügen. Massenturnen bei der Arbeiter-Olympiade im Wiener Stadion. Riesige Begeisterung über den Besuch des Zeppelin in Wien. Und dann die große Zeit des Fußball-Wunder-Teams und Radios und seines Star-Reporters Professor Willi Schmieger. Schramsai sendet den Ball nach vorne zu Zizek. Schall küsstet den Boden. Stand aber wieder auf. Gehnt die Liebeszähne nicht allzu lang. Aus. Richtet sich den Ball. Nimmt einen Anlauf. Ungarn macht einen Mann. Aber Schluss geht. In zwölf Spielen bleibt das Team um Sindela, Schall und Vogel ungeschlagen. Die Bevölkerung sucht Ablenkung. Man jubelt im Stadion und tanzt auf dem politischen Vulkan.